Und damit kommen wir zur 22... 22. Map von Back to the Ton X2 Alter Schwede, diese Maps, ey, die sind ja echt ganz schön, ne? Also, ja, fun Ja, die sind Brutal, hast recht. Byte Okay, oh, 340 Gegner, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Ein Fick des Schicksals Geht mal nach links, hallo? Wie wärs mit der D-Taste? Dankeschön Was war das denn gerade für die Kacke? Und jetzt lang Ah Ah So, wo nun hin, ich hätte es mal hier lang Oder nicht Ne, ich komme schon wieder raus Ah Ah Hä? Ich furchte, ich habe gerade irgendwo so einen Hund gehört Oh Ja, die hatte ich nicht Ha, ah gut, dann halt nicht Holy fuck Hä? Alter, ich bin ja schon wieder hier Alter, ich bin ja schon wieder hier Ach, hier muss ich ja Okay Ach so Oh, hier ist ein schicker Arch-Wild Für die verschwende ich sogar Ich habe keine BFG-Munition mehr Ich habe keine BFG-Munition mehr Ich habe keine BFG-Munition mehr Was ist das denn schon wieder für ein Dreck? Ah ja Wie ist das, habe ich jetzt eine Karte? Ach du Kacke Das brauche ich nicht Das brauche ich Dankeschön So Okay Wieso kam der her? Ich bin ja Wieso? Warum Ich bin ja Du bist glasen Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja ich bin einfach Ich bin euer Dumpf Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Karte Ich bin Das geht Ich bin ja Ja, klar, weil er mich auch hier... Alter... Ey... So... So... Was? Woher stimmt ich mit dir? Warte... Die Frage ist, ob du überhaupt brauchbares Leben abgezogen oder ist das eher eine knappene Zeitverschwendung? Ähm... Was ist das jetzt? Was ist das? Was ist das? Woh! 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 Ja, komm hoch. Wie kriegst du ihn hochgelockt? Ah, der schießt jetzt einfach nach unten, aber ich glaube, das bringt nichts, oder? Hm? Ich krieg gar nichts, Alter, wo du mal was trinkst. Ah! Ah! Oh Gott! Oh, du schießt! Okay. Are you fucking kidding me? Okay. Okay. Ist er noch da? Okay. Sehr schön. Ach so. War das jetzt gut oder schlecht? Ich musste da oben, kann das sein? Ach komm. Ach komm. Ach komm. Habe ich mir gedacht? Das habe ich mir noch gedacht. Das habe ich mir noch gedacht. Ach, Alter, dass diese Streppe genau immer auf Blickhöhe ist. Ach so. Okay, da ist eine Tür. So. Und die Frage ist, wo geht es jetzt weiter? Kommen wir hier rauf? Ne. Ist da bei der Tür. Okay. Ich schätze mal ein bisschen wieder raus. Warte mal, hier ist ein Secret. Holy Moly. Okay. Okay, da kommen wir noch nicht lang. Das ist ein Schalter. Ah. Ah, die haben auf die Arschung gedrückt. Das war ja. Okay. Kann man irgendwas sagen? Oh. Ah. Ah. Oh. Oh shit. Holy shit. Oh shit. Das war's für heute. Das war's für heute. Also ich finde, falls ihr gerade absolut nicht seht, was abgeht, äh, ich seh's auch nicht. Also, ähm, ja. Äh, ach so. Hilfe, wo ist jetzt lang? Da. Und jetzt da. Und jetzt wo? Da. Oh, doch nicht. Oh, ich weiß. Oh, ich weiß. Was hat eigentlich mit diesen komischen Dolls auf sich? Ich will mal kurz gucken, gibt's da irgendwas? Äh, äh, footstep sound, shows all, mal gucken, ob's da was bei den, äh, keybinds gibt. Panicbutton, oh. Ach so, ach so, ja, okay. Äh, shangon, wo wird's, bitte, come on now, overnight. Oh, okay. Ich muss nicht mehr so, den Moment. Ich kann ja schon mal gucken, wo du nicht mehr so, was du nicht mehr so, wenn du das wirst. Weil wir haben hier unten drei Dolls, aber ich habe keine Ahnung, was die jetzt bringen oder was die machen, oder whatever. Quartzjacker. Ja, keine Ahnung, was diese drei Dolls da unten bedeuten, unten rechts. Ob man die auch viel einsetzen kann, oder whatever. Vielleicht nicht so machen. Nee, auch nicht. Klar, aber die fällt erstmal rein. Fall erstmal rein. Du findest einen Schalter oder so, den man drücken kann? Was soll, Strick Strick, muss ich denn jetzt tun? Achso, ich schätze, war jetzt ein Teleporter. Ach, Mann, Alter, ich will nicht mehr. Vorher, zurück mal rein, raus zu springen. Ja, das war ja voll gut. Natürlich auch wieder ein Arschweil. Natürlich auch wieder ein Arschweil. Hilfe! Ja, das war auch kaputt, aber ich hätte gerne mehr Rüstung. Rüstung! Cool Rüstung! Alter! Ja, geht auch. Okay. Äh, was denn jetzt? Halt, Stopp! Das da. Besonders, das da. Oh, hat überlebt. So, ich schiff nochmal. So. Hä? Ähm. Boah! Wo denn jetzt so? Eigentlich sind die Fischer relativ schwach. So. Ist das doch ein Schalter? Na klar, das ist doch ein Schalter. Haul im Maul, Alter. Ich sollte einfach sterben gehen. Das ist doch ein Schalter. Das ist doch ein Schalter. Das war noch nicht geplant. Warum müssen die immer irgendwo kollidieren, diese scheiße Viecher, Alter? Ja, Mann ey. Geht doch, genau so. Geht doch, genau so. Okay. Ah, das ist doch der Key. BFG! Boah, die Scheiße. Hier, soll der auch noch? BFG! 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 soll doch vielleicht mal öfters auf die maps schauen und ich habe jetzt noch was da ist eine weiße linie weißer strich weiß weiß vielleicht ist sie gut oder so ok egal wo müssen wir hin wo waren wir denn noch nicht da hinten ist überall noch weiß da ist auch noch alles vor allem dass er sich schon wieder nach nach herbert die man auch so dass bei der master meint oder so was hier ist eine große arena ok mit den roten key damit mal sagen ab direkt da wo wir hin laufender weise laufen müssen da ist so scheiße dunkel ich habe gar nicht einfach fünf und sie trotzdem nichts so wo ist rot rot ist da und jetzt da genau ok easy so wo ist rot rot ist da und jetzt da genau ok easy halt da was was klappt das nicht wird ok dann halt nicht dann mache ich es doch classic okay so voll wow Schießt ihr mich da einfach runter, ich gucke das nicht. Hä, weiter weg. Hä, wir können uns von da auch nicht. Oh oh, oh oh. Oh, da geht nicht mehr Ruhe. Das heißt, ich muss hier erstmal aufräumen, also mit den Sachen rüllen, bevor ich dann da die andere Seite lang gehe, weil... Ja. Hä, komm mal, die Box. Wo bin ich jetzt hier? Da bin ich. Okay, ich komme mal so auf die andere Seite zu lang, aber hier so erstmal nicht. Na gut, dann, ähm, ja. Bleibt uns nichts anderes Glück, als hier lang zu gehen. Oh oh. Ja, der stirbt halt. So war das jetzt nicht geplant. Aber warum müssen die Dinger immer überall gegenknallen? Äh, achso, damit ihr wisst, diese BFG ist ja so, dass wenn die verschossen werden, während sie fliegen, auch Damage erzeugen. Deswegen sollte man die immer so schießen, oder deswegen versuche ich immer so zu schießen, dass sie erstmal möglichst weit fliegen, bevor sie ihn vergegenknallen. Nur leider waffe ich, da spüre ich einmal nicht. Siehste, so ist es sogar viel besser. Hä? Nein. Ich habe es mal durchkoschen. Oh, leck mich doch, du Hurensohn. Deine Mutter hatte schon. Oh, leck mich doch, du Hurensohn, deine Mutter hatte schon. Oh, leck mich doch, du Hurensohn. Ach, ich habe wieder welche hinter mir. Digga. Also langsam, ne? So, fuck off. Macht alle, was da war. Ich brauche Leben, Junge. Halt los. Ich haute Leben. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Das ist ein guter Mensch. Was ist das? Sobald den Schalter oder sowas? So, wo muss ich hin? Hey, ich muss da weiter, aber warum geht's denn da nicht weiter? Alter, Leute. Ich muss da weiter. Gibt es da einen Schalter, der er drücken muss oder was? Oh, komm, jetzt geht's runter. Ich bin hier einfach ein Scheiß, der, Alter. Ich bin hier. Was ist das? 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 Kann ich ja zurück? Nein, ich kann natürlich nicht zurück. Das ist diezent deprimierend. Was ist das? 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 Holy Shit. Holy Shit. Holy shit. Gut. Okay. Ja, darf ich mal sagen, schauen mit V, na sehen wir uns morgen wieder zu Meitas wieder. Und morgen morgen wieder Doom, Quatsch, Doom da ja schon. Meitas Itaweal, weiß ich noch gar nicht ob ich Captain spiele oder eigentlich Itaweal. Hat auch wahrscheinlich Italien Na gut, dann würde ich mal sagen Bis morgen